Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Tomb Raider. Ja, wir machen weiter. Wir müssen jetzt hier runter. Ich erinnere mich noch. Ich habe nämlich aufgehört. Ich hatte gesagt, ich nehme zwar noch eine Folge auf, aber ich hatte so viel Bock. Es ist Tomb Raider 1, okay? Da ist eine Folge schon viel für mich. Also eine Folge aufnehmen, das ist schon nach Herausforderung. Nee, aber manchmal ist die Steuerung schon sehr, wie soll ich sagen, interessant. Und wir machen jetzt weiter. Ja, mal gucken, ob wir heute kommen. Was können wir heute machen? Müssen? Bestimmt wieder pro Level nach drei Stunden. Ich weiß jetzt wieder, warum ich aufgehört habe, letztens. Ich weiß es wieder. Na lass doch neu. Na danke. Ach so, hier wieder. Ach Mensch, wenn man springen drücken, sind die springen. Das ist glaube ich so das Haupt... Warum bist du jetzt gesprungen, Lara? Ich meine gut, aber warum? Warum springst du einmal einmal nicht? Also liebe Lara, das müsstest du mir jetzt schon ganz genau mal erklären. Du willst mir jetzt an die Tür, die aufgeht. Naja, und jetzt? Ah. Ja, also ich bin auch absolut kein Fan davon. Also haben wir Probleme. Also ich bin für die Energie durch, oh Gott. Ach, da müssen wir weiter, ich weiß nicht, wo wir weiter müssen. Ja, oh Gott, die können jetzt ja kotzen. Oh, ja stimmt, da war ja, weil sie können ja noch... noch EDR kämpfen. Oh, ne. In Level 11, ne? Ich glaube ja. Alle drei, ja, ja, und dann noch sieben. Ich glaube, ich müsste jetzt den Zehntel sein, ne? Ne, Elfte. Äh, drei bis vier mal sieben. Ja. Immer in der Base. Weil ich will da noch einen Speyerpunkt machen. Äh. Genau. Wo bin ich? Wo bin ich? Spiel. Äh, ja, lauf, lauf, lauf. Äh, du bist ja wie so ein Minecraft-Monster. Zum Wieb. Hm. Okay, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt in den Angriff, Leute. Ja, ich hab' ich hab' eine Idee. Die werden, wir bestimmt scheitern. ja noch hätte sich als feuer aber der wird wer sagt dass ich bekämpfen muss wir sagten dass natürlich die hier kannst du noch auf mich schießen enthaft sagt es mich oder was hmm hm Ah Ah nehm ich Wer denn? Du willst mir sagen du kannst rumballern. Ja, ja, das glaube ich hoffe ich dir aus. Warte mal, ich kann doch was gucken. Wo waren wir hier? Ah, das hat sich geöffnet. Okay. Genau aus dem Aspekt mache ich das immer. Dann kann man eben ganz kurz noch mal einen Test machen. Was hat sich genau geöffnet? Okay, ich war auch in der falschen Tür. Ja gut, aber das ziehe ich muss weg. Oh, ich liebe es. Ich hasse jetzt auch meine Gegner zu sehen. Also ich hasse es auch da hin zu gucken, wo ich hinschießen möchte. Das hasse ich wie die Pest. Aber finde ich schon du viel besser. Warte mal, Mädel. Ich sag das ja, wenn wir bei einer Beziehung, es wird uns beiden nichts werden. Lera. Es wird nichts werden, uns beiden. Bist du bescheuert? Ich war halt dann kaum mehr bei dir. Aber ich habe einen Treffer gelandet. Ein paar. Aber wertvolle Treffer war ich ja. Bist du jetzt schon bett? Ja, natürlich, das sind die Scheiße. Du ziehst. Puh. Look up. Geht aber so genau. Ey. Ja. Ja. Das geht auch nicht. Okay. Wird aber ganz gern versuchen, noch ein bisschen besser zu können. Warte, misse auf. Nein! noch nie wieder abschießen aber doch auf halt doch der scheiß was soll ich denn machen das kann man doch mal dieses nicht tot ohne mann auf die fresse davon kriegt aber jetzt mal das ist halt auch eine ekelige jedoch getroffen weil die jetzt nicht entdecken gegangen ist er geht doch einfach entdecken das ist doch nicht euer ernst die ganze zeit der kam dann ist gut genug getroffen hat auf jeden fall ein bisschen getroffen bisschen habe ich getroffen noch mal gut noch mal ein bisschen getroffen ich hab mir sowas von egal aber kein bisschen das ist ja auch nicht besser dann siehst du siehst du leute so mensch an einem monster es war jetzt ein monster ein monster von ihm die denn der armee von monstern die jetzt vereint okay irgendwo hinten hat die tür geöffnet hier bin ich jetzt ja ja bin ich ja richtig also war doch mal war ich noch mal hier jetzt haben wir ganz schlau und gucken doch mal kurz hier rein so geil so ein guter trick kann man nicht immer gucken wo es ganz genau jetzt war dann kann man nicht wissen deswegen habe ich auch immer noch mal gespeichert ja okay hier ist es doch easy ja also wenn ich wenn hätte wir auch durch so oder was wasser guckt doch erst mal ob mit mir um mit mädeln robernden wird das im wasser oder bei der familie ich wollte ihm müssen schwimmen warum nicht oh mein gott lerra einmal gucken wo ich jetzt hier weiter geht hoffen muss ich ja nicht mehr nach oben weil das ist das wird mir noch fehlen oder es ist mir also er also ähm 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 Oh. Mm-hmm. Oh. 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 Is he still up with them? Mm. Warte mal, da ist doch irgend... Na ja, da oben ist was. Wollen wir mal gucken. Wo geht's denn noch weiter? Okay. Ah, wir haben hier ein bisschen ideenreich. Ah, hier war doch mal hier mein Stunt hat gebracht, Leute. Mein Stunt hier, so. Okay, jetzt hier war dann nice. Okay, so geht das. Äh, ich komme schon immer in den Gegner, oder? Äh, bei Speichern, Mann. Und guck mal, wo was da ist. Oh, ein Schlüssel. Der ist schäupt, der ist wichtig. Der ist ja auch wichtig. Nice. Okay, der ist wichtig. So, dass die Schlüssel... ...sind immer richtig haben mitgenommen. Ja, ein goldener, hm? Ja, es ist wichtig, Leute. Das, äh, das einzig wahre. Also, gibt's nichts Wichtiges? Das weiß ich natürlich nicht. Ah, okay. Okay, okay. Ja, geil. Ja, geil. Ehrlich war wieder ein Präzisionssprung. Den habe ich vermisst. Na gut, na gut. Na gut, komm. Keine Mülligkeit vortäuschen hier. Einfach durchziehen. Ah, jetzt ist, nice. Punkt, jetzt geschah. Ah, woh, woh. Ah-hm. 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 Ja, und jetzt? okay mein herz und schüssel vielleicht ist der mehr immer weiter okay und wir zurück und und Uh-huh. Uh-huh. Ja, komm, ja, bitte, jetzt komm, 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 schon, komm, schon, 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 ja, ja, genau, einfach mal festhalten, genau, was ich jetzt gucken will, ist, ob ich den Tügel auch rein, reingeprügeln kann. Okay. 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 Danke. Okay. Okay. Äh, kurze, geht das jetzt so? wenn du dich gar nicht findest, geht's überhaupt nicht. Es ist hier ein dummer Sprung. Genau. Also. Ach Leute, als ob wir jetzt überall die Dinger eingebaut haben. Wollt ihr unbedingt witzig sein oder was? Äh, genau. Ah, Leute. Ja, jetzt springst du, geil. Spring doch einfach. Oh. Oh, die macht mich zu irre. Oh, egal. Ey, mach die, mach die jetzt extra. Wieso kannst du mich denn auch nicht festhalten? Du kannst jetzt nicht springen. Ey, das ist so bescheuert mittlerweile. Ah, da kann ich nicht springen, weil ich weiß auch nicht warum. Kann sie nicht. Jetzt. Warte mal auf. Warte mal auf. Jetzt spielst du zweimal. Als ob. Ah. Ich bin gesprungen, alter. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Okay. Jetzt guck doch nach vorne. Ja. 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 Toll, wenn sie nicht nach vorne guckt und ich das ein Ding sehe. Es ist so dumm. Es ist mittlerweile so dumm. Oh, alter. Ja. Danke. Ey, das sind Sprünge, die sind jetzt eigentlich einmal so schlimm. Es ist nur dann springt sie nicht. Und das ist so dermaßen nervig. Wieso bist du nicht gesprungen? Einfach springen. Wenn ich fast drücke. Das wird so. Dann wird auch gar nichts sein. Dann sind die Sprungball. Da muss ich ehrlich mal sagen. Opa. Danke. Sag mal. Ja, gut. Gott sei Dank. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Eeeh, jujj darüber, ne? Ja okay. Ah okay. Ah okay. Bай jetzt spring doch ja nach doch ja wir haben milliarden jahre gebraucht um das zu machen kann er wohl zu schwer und dann geht es gern immer wieder aufgeschafft ja wo er sich in dem schüssel öffnen oder was da das wenn wir kommen in die reise umbau und wofür ist er schütteln ok wir brauchen kreisteil gott zu wissen danke wenn wir den tüttel schon mal gefunden es dauerte drei jahre ab irgendwas geschaffst in der halben stunde graber zu finden oh mein gott er ist wirklich doof wenn das mit dem spring nicht immer so doof wäre da alles gut das ist das graf was mich so irre macht und wir sehen hier die sprung passagen an sich es ist ja nicht mal so das ist irgendwie ein scheiß weg ist so geht das jetzt nicht naja so es ist ja nicht mal die sprung passage an sich die irgendwie scheiße ist und es ist springt nicht noch schlimmer also dem wir sparen können aber gut wo 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 da waren wir doch nicht da ist auch was jetzt gesehen war das ist noch ein bisschen mehr wie kommen wir da hätte mich gefunden sehr schön na gut dann würde ich sagen für heute reicht es mal wieder für morgen habe ich den weg schon mal gefunden schon mal was und ich würde sagen ich danke für zuschauen ich hoffe jetzt trotzdem gefallen auch wenn es hier und da ja ein bisschen lange dauert weiterkommen aber ihr seht es selber es ist einfach es ist aber nur kurz was gucken willst du musst die leute die wahl in und aus nicht kennen du willst doch kurz was gucken eine ganz normale reaktion bist du einfach eine halbe stunde mit beschäftigt es ist wirklich irre aber gut egal ich hoffe euch gefällt bei meinem nächsten machen weiter ich danke für zuschauen eurer paris hat schau bis nächsten mal rein